hier ist er in action er aber nur wegen sagen wir die ballern wie die boxen da wollen aber auch um die ochsen noch eine wenige ruhe im frieden kam ich höre ein bei 330 345 vielleicht hier ist der boss drin aha deswegen scheiße die hören uns der hinweis schreit die wissen dass wir hier sind glaube ich ja gut sehr gut aber mir keine ahnung wo hinter dir hinter dir hinter dir aus dem wald 2 ich habe einen ich habe den tut hier drin die anderen sind bei mir das waren zwei auf jeden fall den dud habe ich hier drin also hier irgendwo geht das doppelt hier bei mir die wissen wo ich bin da ist es zwei zwei haben einen hit oh weiter markier nochmal da also zwei gehittet oder einer dasselbe wo liegst du denn in der hütte was darfst die sind oder doppelt hier kommen rein hol mich ich denke das passt die macht die tür vor jetzt hol mich oh gib gas das passt neben uns kommen scheiße ich sitze hier ziemlich scheiße hab geflasht ja ja sehr gut wunderbar einer sammlech dach sauber jawohl geil nice one jetzt müssen wir ein bändisch holen damit ich wieder voll bei mir ich geh mal lieber weg sonst treffe ich dich noch ja oben ja 10 oh scheiße sorry ich hab's gewusst klasse anmaße noch hier naja gut super was denn ja mit was denn ich hatte noch einen gut ja witzig ich hab's sie m ich ich seh nix jetzt noch mal zu den hunter so gehen wir ich weiß nicht mehr wo die waren ja die liegen hier vorne alles gut ist ja noch nichts wo waren denn die anderen einer lag noch in der hütte wo in der hütte da wo mein ping ist ist es vorne weiter dann gehen wir mal kann ich die nur luten ja das sind ja noch mal zwei nix hier schon sechs stück die macht uns vielleicht fast reichen leicht wir sind auch noch mal einer haben tausend mal gescannt und gleicher mit das kann sein ja das ist dann der letzte solo spiele das schöne wing kommen ja rundum blick macht das auch schaden nein ja vielen so viel hey halt still nein hey au 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 jo es war doch schöne runde das war auch teamplay ich flash du gehst raus knippst den aus das war doch geil ja ich habe schon belegt soll ich warten ach ne ich geh doch mal raus das war aber knapp also ich schmeiß das ding und dann du gleich ich habe erst gedacht ich habe dich geflasht nein ich war ja im haus ja da war nicht mehr viel gehabt dann saß er auch da und hat geguckt und geguckt ja was soll ansatzbar das war für mich ja 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 Vielen Dank.